Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Okami HD für die PS3. Beim letzten Mal haben wir Sidequests in Angriff genommen und davon nicht zu knapp welche. Muss ich ja schon sagen. Wie geht's dir? Samurai Billy. Hallo Hund, wie geht's dir? Die Stadtluft ist jetzt hundertmal besser als vorher, was? Ich fühle mich wieder ganz wohl. Es ist aber ein Fluch gebrochen worden wäre, aber es gibt da noch etwas, was mich stört. Es gibt hier schon seit einiger Zeit ein Dieb in der Stadt. Wir haben während des Chaos wegen dem schrecklichen Nebel verschwunden. Aber jetzt, dass eine Stadt wieder normal ist, ist dieser Ganova wieder aufgetaucht. Er arbeitet so flink, dass niemand eine Schölks an ihn zu fangen. Der Name dieses Ganova lautet Hayato. Boah, ich weiß, dass Hayato wieder da ist, obwohl er so schnell ist. Darüber wunderst du dich? Nun hast du es recht einfach. Ich bin eins seiner Opfer. Er hat meine kostbare Glasuhr gestohlen. Ich war neulich hier und bemerkte, dass sie weg war. Ich hatte überall danach gesucht, aber es war zu spät. Jemand hatte mich angerempelt. Es ging so schnell, das muss er gewesen sein. Meine kostbare Glasuhr, dieser verfluchte Hayato. Tja, das ist schlecht. Aber es waren schon mal zwei mehr. Das sind jetzt nochmal zwei mehr. Wenn ich eigentlich drei gleichzeitig haben wollte, dann passt schon. Bist du ein Verfluchter oder gehst du? Ich fluchte zum ersten Game. Der da hinten ist ein Verfluchter, der hier aber nicht. Der hier geht auch. Und der da drüben auch. Schau mal gut. Ich sag ja, hier in der Stadt haben wir jetzt tatsächlich eine Menge zu tun. Es gibt immer leckere Fische dort im Adelsviertel. Ja, ich weiß. Das klicke ich vielleicht gerade ein bisschen schnell durch, aber im Prinzip sagt er uns nichts Wichtiges, außer wo man angeln gehen kann. Das wissen wir. Futterboy jetzt nicht, blablabla. Da hatte ich alles hier. Gut. Ich wollte aber die Angel gekauft haben. Ich hab die Schalewelle nicht mehr gesehen. Ja, ich bin wieder geschickt worden, was einzukaufen von mir. Ich wollte nur sicher gehen, dass ich alles gekauft hatte in den Läden. Und wie es aussieht, ist dem so. Das ist schon mal schön. Weiter im Text. Du bist ein verfluchtes Bäumchen. Das gleiche ist es eh Nacht. Hier, Schriftrollen. Schriftrollen finde ich auch gut. Ach, mit diesem Mann hat man nur Kummer. Mein Ehemann versucht, ein neues modisches Design zu erschaffen. Er ist im Nachbarzimmer so sehr darauf konzentriert, dass er keinen Finger rührt, um mir zu helfen. Dann hat auch noch dieses Gerücht alle unsere Gründen vertrieben. Vielleicht könntest du mal mit ihm reden, was? Kein Problem. Ich rede ständig mit Leuten. Ich weiß auch nicht, ich hab da so einen Hang zu. Das ist ein richtiges Puzzle. Oh, hallo, weißes Hündchen. Willst du einen alten Grießkram Gesellschaft leisten? Ich betreibe hier dieses Kimono-Geschäft, aber ich hab das Gefühl, ich muss mal wieder frischen Wind hier reinbringen. Ich bin es langsam leid, immer dieselben Farben zu sehen. Ich war gerade dabei, mir ein neues, aufregendes Design auszudenken. Kimono-Designer, Herr Schick. Das Problem ist nur, dass es schwieriger ist, als ich gehofft hatte. Ich bin so verzweifelt, dass ich sogar dich um Hilfe bitten möchte, Hündchen. Glaubst du, dass du mir helfen kannst, ein neues Design zu entwickeln, das in der ganzen Stadt gefragt sein wird? Guck dir diesen Kimono da mal an. Ich hab herausgefunden, dass man nur durch das Draufstarren Inspiration finden kann. Ja, das wird dir helfen. Nur Draufstarren. Das ist ganz einfach. Ah, ein sexy K für Kommi. Was, gütiger Himmel. Wie ist dieses Design da von ganz alleine erschienen? Vielleicht hat meine Inspiration mit dem Kimono endlich gewirkt. Jetzt kommst du, könntest mir auch mit deinen Pfoten helfen, weißes Hündchen. Warum nicht? Okay, bist du bereit? Sieh genau den Kimono an. Dein Kopf wird bestimmt überquellenvoll Inspiration. Äh, ja, ich mach da das Windsymbol. Ja, ja, das ist es. Hier ist es, meine Vision in all ihrem Glanze. Eine exquisite Textur entstanden aus einer einfachen Kraft. Und ein weiteres Originaldesign jenseits der jeder Vorstellung. Ihm geht's also besser. Das ist doch erfreulich. Dieses Gerücht war ein harter Schlag für unser Geschäft. Das kann ich dir aber sagen. Hast du die Weidenbäume draußen vor dem Geschäft gesehen? Die Leute sagen, dass nachts dort ein seltsamer Geist erscheint. Aber er scheint niemanden zu schaden. Vielleicht ist es nur die Faulheit meines Mannes, die schlecht für das Geschäft ist. Vielleicht könntest du mal mit ihm reden, was? Mäh. Ich hab mit ihm geredet. Ich hab ihm zwei Designs geschenkt. Ich bin nun mal ein kleiner Designer. Das wusste ich schon immer. Okay, nein. Nicht wirklich, aber... Also weder, dass ich ein Designer bin, noch dass ich wusste, dass ich ein Designer bin. Äh, weil weder das eine noch das andere zutrifft. Ich hab übrigens keinen Sinn für Mode. Ich zieh einfach an, was gerade in meinem Schrank liegt und gut ist. Perfekt durchs Loch geschwungen. So wie ich's wollte. Ich mein nur. War definitiv kein Versehen. Bin ich hier in so einen Lagerraum eingebrochen? Bin ich ein böses Hündchen gewesen. Sieht ja schwer danach aus, ne? Ach so, für... Wollte gerade sagen, für den einen Schatz muss ich da hinten rein, aber... Dann bin ich aus Versehen hier reingefallen. Ha. Was ja an sich auch ganz gut war, wie man gesehen hat. Also ja, ein Fragment der Sonne. Einfach mal so. Dann haben wir noch zwei Bootsfahrten zu machen, also... Wupp, die fricking do. Wir sind noch ein Weilchen beschäftigt. Außerdem Schätze ausbuddeln. Für Bullen-Hörner. Bist du denn? Der seltsame Nebe, der über der ganzen Stadt lag, ist verschwunden. Aber mein Vater ist immer noch nicht aufgewacht. Gerüchte besagen, dass es der Nebe war, der alle krank gemacht hat. Warum machen die Götter meinen Vater nicht wieder gesund? Alles, was ich brauche, ist Medizin. Dann konnte ich ihn heilen. Aber ich habe niemals so viel Geld, um sowas zu kaufen. Kräutermedizin. Wie frustrierend. Sie ist erhältlich, aber ich kann keine bekommen. Hab ich nicht Kräutermedizin? Oder so ähnlich mal gehabt. Die da. Kräutermedizin ist ein Schlüsselobjekt. Ich weiß. Ich kann es nicht glauben. Ist es das, was ich glaube, dass es ist, Hündchen? Du hast ja Kräutermedizin. Kann das sein? Wie kann ein Hund nur in den Besitz von so etwas Werkvorm gelangen? Warum siehst du mich so an? Darf ich das etwa haben? Unglaublich. Dich müssen die Götter geschickt haben, Hündlein. Danke dir, danke dir. Jetzt kann ich meinen Vater endlich heilen. Kein Problem. Dafür bin ich ja da. Unter anderem. Vater, wirkt die Medizin. Euer Götter, bitte lass sie wirken. Ich möchte doch nur, dass du aufwachst. Das ist alles. Ich möchte deine Stimme wieder hören. Keuch, Hust, Hust. Hä? Was? Vater ist aufgewacht. Ich habe geschafft, ihn aufzuwecken. Ich bin so froh. Danke dir, Hündlein. Hab vielen Dank. Ich würde eigentlich noch mit dem Vater reden. Ach du meine Güte. Du kannst niemanden einfach mal faulenzen lassen. Was, Fäckneu? Vielleicht soll ich ihn noch anzünden. Ich meine... Hätte ja sein können, dass es ihm kalt ist. Aber augenscheinlich. Keuch, Blüten, Kirschblüten. Großvaterchen, bist du wach? Puh, was für eine Erleichterung. Oh, die Kirschblüten der Stadt Zayern stehen in voller Blüte. Bevor ich sterbe, möchte ich sie noch einmal sehen. Na? Das ist momentan das Großvaterchen der von Kirschblüten. Er möchte also die Kirschblüten nochmal im vollen Glanze sehen. Ja. Das ist auch so ein Wunsch, den wir noch erfüllen müssen. Hey, ich werde damit nie fertig. Er ist verflucht. Momotaro. Ich sehe dich, du böser weißer Fellball. Hehe, ich spiele, dass ich ein Dämonenjäger bin. Das ist ein Spiel, bei dem man Monster auf der Uni-Insel besiegt. Aber das ist alles nur gespielt. Im echten Leben hätte ich zu viel Angst. Hey, möchtest du meinen Diener spielen? Du machst dich den Eindruck, als ob du dich darum kümmern würdest, was die Leute sagen. Würdest du mitmachen, wenn ich dir etwas Essen gebe? Nicht, dass ich irgendwas hätte, das ich dir geben könnte. Wenn ich nur diese Meleklüsse hätte, die Oma für mich gemacht hat. Ich bin mir sicher, dass du sie lieben würdest und dann könnten wir zusammen spielen. Ich muss sie fallen gelassen haben, als ich mit jemandem zusammengeschossen bin. Momotaro kommt auch aus einer Legende. Das weiß ich noch so mehr oder minder. Auf jeden Fall hat er seinen Feinden Klösschen gegeben und so sie dann für sich gewonnen, sag ich mal. Was habe ich getan? Ich habe mein Gedächtnis komplett verloren, seit die verfugte Zone erschien. Nun an eine Sache kann ich mich noch erinnern. Ich war auf dem Weg zum Haus des Zischlers. Also habe ich auf die Fähre gewartet, um hinzukommen. Und selbst nach dieser ganzen Zeit ist sie noch nicht aufgetaucht. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Es ist mir egal, was ich benutzen muss. Solange es schwimmt, werde ich alles ausprobieren, um hier wegzukommen. Ich kann ja einen Stock da reinmalen. Wenn es dann besser geht. Ein Seerosenblatt, nun besser als nichts. Okay, dann los geht's. Zum Haus des Zischlers, volle Kraft voraus. Also manche Leute, ne? Nicht mal danke sagen können wir. Ah, nicht in den Wirbel reingeknallt. Hahaha. Also müssen wir wieder, also tatsächlich vor allen Dingen wieder zum Haus des Zischlers go. Wir waren ja schon mal da. Als wir sein damals noch nicht Schüler, jetzt Schüler da hingebracht haben. So, wenn sich jetzt genau mein zweiter Krug nämlich füllt, dann sollte ich genügend Energie haben, um ihn jetzt ans Ziel zu bringen. Oder ich male eine verfickten... Ähm. Eine zierliche Rosenblüte einfach auf dem Boden und hänge dann hier wieder drin fest. Also... Ähm. Ja. Ist schon sehr... Und halt, sagen wir mal, dass manchmal so alles passiert. Haha, das ist toll. Ich hätte nie gedacht, dass man mit einem Surrey-Rosenblatt so schnell hierher kommen kann. Das ist eine witzige Geschichte. Nebenbei, man merkt, das freut sich immer, dass sie die nicht bezahlen müssen und trotzdem bezahlen sie. Also... Was fühle ich eigentlich gerade hier? Äh. Achso. 400. Okay. 400. Ja, man muss das jetzt gerade abschlafen. Das ist in Ordnung. Was ist mit dem Dieb? Ich kann es nicht glauben, dass er hier auf dieser Straße gestohlen hat. Er verspottet mich. Ich werde die Verhaftung, wenn es das Letzte ist, was ich tue. Aber er arbeitet nur nachts. Das wird Stock 14. Darum kann man nichts erkennen. Also müssen wir ihn nicht haben. Ja. Kann ich hier einfach einen auf Feuer machen? Ja. Nein, kann ich nicht. Wäre ja wohl zu sinnvoll. Oh, das steht noch im Baum, den ich die ganze Zeit nicht gesehen habe. Oh, das ist ein verfluchter Baum. Hab nichts gesagt. Die ist aber auch nicht an. Das ist aber ein großer Kohlebecken. Sie müssen damit die Straße nachts beleuchten. Aber jetzt ist es aus. Merkwürdig. Du bist auch verflucht. Du bist auch verflucht. Gut. Also prinzipiell schlecht, aber soll mir dann egal sein. Du bist auch ein Verfluchter, ne? Siehst zumindest so aus. Ja. Geist. Hey, hab ich recht mit der Annahme, dass du mich sehen kannst? Von allen Dingen. Also wurde der geisterhafte Raiden endlich von einem lebenden Wesen entdeckt. Und es stellt sich heraus, dass es ein süßes kleines Hüttchen ist. Blitzgeist Raiden. Warum schaust du mich so an? Okay, ich hab also keine Beine. Aber ist das nicht normal für einen Geist in Nippon? Ich wurde von einem Blitzschlag getötet, weißt du? Das ist toll. Ich hab nie Hunger und bin noch nie müde. Das ist die ganze Zeit nur Spaß. Es gibt nur ein Problem. Du bist tot? Ich habe festgestellt, dass es nicht immer einfach ist, ein Geist zu sein. Ich meine, eigentlich kann es schon ein bisschen langweilig sein, jeden Tag da rumzuschweben. Und da mich niemand sehen kann, ist es ganz schön einsam. Aber trotzdem macht es die ganze Zeit doch Spaß. Ich sollte in der Lage sein, meine unheimlichen Kräfte zu nutzen. Ich hab fastgestellt, dass es... Na, 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 ja. Zack, zack, zack. Aber ja, hier haben wir einen Geist, tatsächlich. Sollte mich wahrscheinlich nicht mehr wundern, heutzutage. Bist du draußen für einen kleinen Spaziergang, Windchen? Dieser schreckliche, dichten Nebel ist jetzt komplett verschwunden. Wir fühlen uns alle viel besser, körperlich und auch emotional. Na, jetzt kann ich endlich den Waffenhändler wieder besuchen gehen. Der hinter dir ist? Das ist schon lange immer fällig, das kann ich dir aber sagen. Aber ich frage mich, was mit der Fähre los ist. Ich habe nichts vor, so weit zu laufen. Ich hatte eher an eine Fahrt entlang des Kanals gedacht. Aber die Fähre scheint nicht zu kommen, obwohl es an der Zeit wäre. Wahrscheinlich muss ich eine andere Lösung finden, wie ich dort hinkomme. Ernsthaft? Der steht ein paar Meter hinter dir. Wow, sieh nur, Hündchen. Mein Wunsch ist wahr geworden, das ist ein perfektes kleines Boot. Gut, bitte bring mich zum Waffenhändler, liebe Seerose. Genau, red mit der Seerose. Red mit der Seerose. Also mal ganz ehrlich, dass sie nicht zum Waffenhändler rennen will, das ist schon, wie sagt man, ein starkes Stück. Weil der wirklich prinzipiell da vorne ist und so, aber, naja. Das ist halt hier so eine Art rechts abbiegen, aber... Das ist mitunter sogar der kürzeste Weg, den ich hier jemals fahren musste. Wow, das war aber unglaublich schnell. Danke, liebe Seerose, das hast du gut gemacht. Ja, genau. Die Seerose. Yep. Das ist einfach, ähm... Ich weiß auch nicht. Unglaublich, was man hier Leute immer denken, wie die Seerose war es. Natürlich. Wie viele Bäume fehlen noch? Ich bin da nie gut drin. Endlich, die Zeit ist gekommen. Auch wenn es nur wenige sind. Die Bäume, die blühen, verleihen mir ihre Kraft. Jetzt kann ich die bösen Geister mit meinem Tanz austreiben. Ich werde diese verfluchten Bäume mit rosa Blüten blühen lassen. Tut mir leid, dass du warten musstest, Hündlein. Jetzt soll der Gura-Tanz vollführt werden. Komm vorbei, wenn du mich tanzen sehen möchtest. Wirst du bereit? Ich präsentiere den Gura-Tanz! Yay! Ähm, wow. Also muss ich wieder die Hauptarbeit durchführen. Okay. Oh, holy crap. Dieser Opa hat's aber drauf. Meine Güte. Äh, ja, und dann drin beim Kreis. Okay, fein. Warum kriege ich nicht mal ein Glauben davon? Immer so gefragt. Ich meine, habe ich vorher auch gekriegt. Deswegen ist das jetzt gerade ein bisschen traurig für mich. Und ein schöner Kreis. Jetzt steht die da schon wieder? Jetzt muss ich die Bootsfahrt nochmal machen? Ich weiß gar nicht, ob man die unendlich mal machen muss. Ich glaube, ich meine, einmal reicht, wenn man die volle Punkte erreicht hat. Wäre ein bisschen seltsam, wenn ich die tatsächlich öfter machen muss. Mein nur. Oh, Schatzruhe. Haben wir. Ich bin sofort da, Opa. Ich bin sofort da. Ich gebe dem Großen und Ganzen nur noch den Baum hier. Deswegen war mir klar, wo er hin will. Zum Glück. Zum Glück. Sonst hätte das auch wieder blöder ausgehen können. Ah, ist ihm gefallen. Habt ihr das gesehen? Er ist ihm gefallen, das ja. Fast schon wieder traurig. So, und jetzt dein Baum? Jawohl. Sein Bäumchen. Jawohl. Puh, es hat geklappt, es hat geklappt. Ich bin da ein bisschen außer mich geraten, um ehrlich zu sein. Ich war mir gar nicht so sicher, ob ich diese bösen Geister vertreiben kann. Aber wenn ich daran dachte, wie glücklich die Menschen dieser Stadt sein würden, wusste ich, dass ich diese Bäume auf die ein oder andere Weise zum Blühen bringen muss. Ich weiß nicht gerade, ob es mein Tanz oder die Macht der Götter war, die sie so zum Blühen gebracht hat. Solange die Erholung unserer Kirschbäume die Menschen erfreut, habe ich keine Beschwerden. Wunderbar. Und er verschwindet, um dann da aufzutauchen. Okay. Ähm. Jetzt wollte ich nur nochmal den Ort finden, aber das war, glaube ich, da weiter hinten. Was ist eigentlich mit dir? Ja. Mal macht so einen Spaß. Wie findest du das Hähnchen? Gefällt dir mein Bild? Hä? Oh nein, ich habe keine Holzkohle mehr. Dabei hatte ich so viel Spaß. Ich möchte ein weiteres Bild machen. Ich will mehr Holzkohle. Ah, ist das etwa Holzkohle, die du da hast, Hühnchen? Gib sie mir. Gib sie mir. Gib mir die Holzkohle. Ja, bitte sehr. Ja, dank dir, Hühnchen. Jetzt kann ich ein weiteres Bild machen. Du kommst doch wieder und siehst es dir an, oder? Ähm, ja. Bestimmt. Äh, bitte, bitte, bitte. Wo war dieses Inn mit dem kranken Mann? Oh, du hast meinen Zeichnerfoten. Wunderschön. Das war das. Das war das. Hier war das. Immerhin blüht die Kirschbäume wieder. Hey, Großvaterchen. Großvaterchen, wach auf. Wir stehen in voller Blüte. Es ist ein perfekter Tag, um sie zu genießen. Geh nicht auf das Licht zu. Wenn du nicht aufwachst, dann werde ich dir ein Ding verpassen. Hä? Wie kannst du das einem alten kranken Mann antun? Warte. Oh, dieser Geruch. Ich kann ihm nicht widerstehen. Die Kirschblüten der Stadt zu jahren müssen ihm voller Blüte stehen. Zeit zu essen, zu trinken und glücklich zu sein. Was für ein glücklicher Tag. Er ist weg. Was soll er war denn das? Ah ja, das hätte ich ja beinahe vergessen. Mein Vater hat eine andere Krankheit, die nicht geheilt werden kann. Mein Vater verärt das Fest der Kirschblüten. Aber er regt sich immer zu sehr auf und verletzt sich jedes Jahr am Rücken. Ich habe ihm verboten, wieder zu gehen, aber das Kirschblütenfestfieber hat wieder zugeschlagen. Wunderbar. Damit habe ich doch schon mal eine Menge der Zeitquests hier erledigt. Dann sieht es doch wieder besser aus. Hurra, juhu. Zeit zu essen, zu trinken und glücklich zu sein. Was für ein glücklicher Tag. Ey Hühnchen, Lust auf einen Tanz. Großviertelchen. Solltest du es nicht etwas ruhiger angehen lassen? Du warst auch doch praktisch tot. Hurra, juhu. Zeit zu essen, zu trinken und glücklich zu sein. Was für ein glücklicher Tag. Yay. Vielleicht war es ein Feier, das ihn beinahe getötet hat. Das ist eine Krankheit, für die es keine Heilung gibt. Ne, das ist wohl wahr. Joa. Ich denke mal, ich werde fürs nächste Mal schon mal ein paar Dämonen-Szene sammeln. Ich werde mal gucken, war das nicht so irgendwie... Ne, noch nicht. Ich kenne mich mit Mode aus. Ich weiß immer, welches Design der nächste große Hit wird. Ich frage mich, was es diesmal werden wird. Ein Pentagramm. Äh. Stimmt ja. Das einzig Ärgerliche ist, wir müssen jetzt also ein Pentagramm machen. Das ist jetzt nicht das Ärgerliche. Das Ärgerliche ist, um das zu machen, müssen wir immer quer durch die Stadt schießen. Aber auch, dass es so ein kleines Zeit kostet, die wir dann beim nächsten Mal vervollständigen werden. Wobei ich dann noch eine schöne Anekdote dann erzählen kann, aus meinem damaligen PS2-Spiel davon, als es mir auf die Nerven ging. Ähm. Aber ja. Ja, 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 ja. Ich hoffe, das ist so einigermaßen ausreichend. Obwohl, ich mache es nochmal ein bisschen hübscher. Wir kriegen aber nicht bei ihm, ich sag mal, einen Klaps auf den Rücken. Ah. Er hat gesagt, dieses Ding könnte etwas bewirken. Das ist der Text, den wir im Prinzip haben wollen. Aber er sagt, jo, dat is it. Denn dann... Ich könnte jetzt das End weiterziehen, aber ich mache es mal lieber nicht. Ähm. Können wir wieder zu dem kleinen Mädchen gehen. Sieh nur, Hündchen, ist das nicht hübsch? Das ist mein neuestes Design, das Sternenmuster. Wenn du dir die Sterne in der Nacht anschaust, dann vergisst du all deine Sorgen. Dann bekommen wir Punkte. Und das können wir noch ein paar Mal machen. Machen wir aber erst beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss. 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 Vielen Dank.